Hey, möchtest du auch, dass dein Pferd auf dich achtet und fein und sensibel auf deine Signale und deine Hilfen reagiert? Dann habe ich drei Tipps für dich. Bleib dran! Hey, hier ist Ilja. Schön, dass du dran geblieben bist. Ich bin Buchautor, Pferdebesitzer, Trainer, Coach, Mentor seit über 20 Jahren und habe schon hunderten von Menschen dabei geholfen, die Beziehung zu ihrem Pferd zu verbessern, auf eine vertrauensvolle Basis zu stellen, ohne Druck, Stress und irgendein Dominanzgehabe. Also, es geht darum, wie kannst du es erreichen, dass dein Pferd mehr auf dich achtet und sensibler und feiner auf deine Signale und deine Hilfen reagiert? Mein Tipp Nummer eins, sei du selbst achtsam. Was meine ich damit? Sehr oft sehe ich es, dass Reiter oder auch Menschen, die ihr Pferd führen, einfach mit dem Handy beschäftigt sind. Du siehst das hier, Anna of Brave, die hat diese Situation gestellt und weil wir würden normalerweise niemals so mit dem Pferd reiten, aber um einfach klarzumachen, dass wenn du mit deinem Handy beschäftigt bist, egal ob du telefonierst oder irgendwas über WhatsApp schreibst oder sonst irgendetwas, merkt dein Pferd genau das. Dein Pferd merkt, du bist nicht achtsam. Für Pferde ist es aber unglaublich wichtig, dass der Mensch im Hier und Jetzt ist, dass der Mensch achtsam ist, weil, ganz ehrlich, wie willst du sonst erkennen, ob eine Gefahr kommt oder nicht? Also, aus Sicht des Pferdes ist das ein ganz klares No-Go und deswegen mein absoluter Tipp, lass das Handy am Pferd weg. Oder, was du tatsächlich machen kannst, wenn es nicht anders geht, dass du einen wichtigen Anruf erwartest oder eine wichtige Nachricht, dann mach wirklich eine ganz klare Auszeit. Sag deinem Pferd ganz klar, okay, ich habe hier etwas Wichtiges, du kannst dann fressen und ich ziehe mich gerade mal ein bisschen zurück. Ist so ein bisschen wie, wenn du mit Freunden am Tisch sitzt und du auf jeden Fall einen wichtigen Anruf erwartest, dann würdest du doch auch aus Höflichkeit aufstehen und sagen, okay, ich ziehe mich mal hier gerade raus, weil das ist wirklich wichtig. Dann, was ich auch oft sehe, ist, dass wenn Menschen zusammen ausreiten, ich möchte jetzt nicht sagen Frauen, aber Männer machen das genauso, zusammen ausreiten oder mit dem Pferd spazieren gehen, wie du das hier auch wieder gestellt zwischen Fiene und Anna siehst, sie quatschen, sie quasseln die ganze Zeit, sind nicht beim Pferd, achten nicht darauf, was um sie herum passiert. Und für das Pferd ist das wieder ein ganz klares Signal, mein Mensch oder die Menschen da, die sind nicht achtsam, die würden eine Gefahr gar nicht bemerken. Also, mein Tipp Nummer eins, sei achtsam, lass das Handy weg. Natürlich kannst du dich mit den anderen unterhalten, aber du kannst trotzdem beim Pferd sein und im Hier und Jetzt. Ganz, ganz wichtig. Mein Tipp Nummer zwei, sei nicht geschwätzig. Was ich damit meine, nicht die ganze Zeit reden. Du kannst gerne singen beim Pferd oder pfeifen, wenn es dich beruhigt. Aber wir sind von unserer Körpersprache her oftmals so geschwätzig, machen so, so viel. Du siehst das hier bei Anna, diesmal nicht gestellt. Sie ist verunsichert, sie möchte Flö longieren und macht ganz, ganz viel. Bewegt sich auch noch rückwärts, also das, was sie viel macht. Macht sie nicht präzise und vor allen Dingen auch nicht, es ist nicht das Signal, was sie eigentlich aussenden möchte. Sie möchte ja, dass Flö um sie herum geht und dann wäre es natürlich absolut, oder es ist absolut kontraproduktiv, wenn sie selbst rückwärts geht. Weil dadurch lädt sie Flö in ihren Raum ein. Beim Longieren sollte aber genau das Gegenteil passieren. Also, das ist, wie gesagt, nicht gestellt. Anna ist sehr unpräzise hier, macht ganz, ganz viel. Und du kannst es auch sehr, sehr schön sehen, je mehr sie macht, desto weniger Reaktion kommt von Flö. Also, deswegen mein Tipp Nummer zwei, reduziere deine Körpersprache. Gilt beim Reiten genauso. Permanentes Treiben mit dem Schenkel, permanente Zügehilfe, stumpft das Pferd ab. Je geschwätziger du mit deiner Körpersprache bist, egal ob am Boden oder im Sattel, desto mehr wird dein Pferd einfach abstumpfendig ignorieren. Und nicht, weil es böse ist, sondern weil auch dein Pferd oder Pferd im Allgemeinen, wie wir, so einen kleinen Filter im Gehirn haben, der einfach dafür sorgt, dass sie das ignorieren, was nicht für sie gerade wichtig ist. Und wenn du einfach ständig mit deiner Körpersprache geschwätzig bist, dann hat das für dein Pferd keine Bedeutung mehr und dann passiert automatisch, dass dieser Filter im Gehirn das rausfiltert. Und wie will dein Pferd dann sensibel und fein auf deine Hilfen oder deine Signale reagieren? Warum sollte dein Pferd überhaupt auf dich achten? Also reduziere deine Körpersprache, mach weniger und das absolut bewusst. Mein Tipp Nummer 3. Verbessere dein Timing. Timing ist das A und O. Pferde lernen in dem Moment, wo der Reiz aufhört. Also eine Form des Lernens. Und wenn du jetzt zum Beispiel, bleib mir mal bei der Schenkelhilfe, wenn du mit der Schenkelhilfe einen Impuls setzt und dein Pferd nicht reagiert, ich würde maximal noch zwei weitere Impulse mit dem Schenkel setzen und dann etwas anderes machen. Weil wenn du die ganze Zeit klopfst, obwohl dein Pferd schon längst losgeht, dann hat das mit Timing nichts zu tun, weil dein Pferd kann das dann nicht wirklich mit dem Schenkel verbinden. Und was man dann, wenn Menschen das so machen, in der Folge sieht, dass irgendwann, also erstmal wird die Schenkeleinwirkung stärker, dann kommen Sporen und dann kommt vielleicht noch die Gärte dazu. Also, du siehst mich hier bei Fleur, das ist jetzt mal am Boden, um dir zu zeigen, wie das Timing optimal aussieht. Es sieht so aus, also ich möchte, dass Fleur sich nach vorne bewegt und es sieht so aus, als würde sie gar nichts machen. Ich höre in einem Moment auf, wo noch keine Bewegung passiert ist. Aber wenn du genau darauf achtest, ist etwas anderes passiert. Fleur hat vorwärts gedacht. Deswegen habe ich aufgehört. Dann setze ich noch ein zweites Mal an und Fleur denkt wieder vorwärts. Und ich höre mit meiner Hilfengebung, mit meinem Signal, mit der Gärte auf. Und dann siehst du es beim dritten Mal. Dann geht sie nach vorne und ich muss so gut wie nichts tun. Das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt mit ihr gemacht habe. Also, sie kennt das nicht. Und da siehst du, je besser du mit deinem Timing bist, desto mehr achtet dein Pferd auf dich, desto feiner reagiert es auf deine Signale und auf deine Hilfen. Und damit erreichst du genau das, was du möchtest. Ein Pferd, was auf dich achtet und sensibel auf dich reagiert. Wenn du noch mehr erfahren möchtest, wie du mit deinem Pferd klar kommunizieren kannst und vor allem auch klare Grenzen setzt, erinnere dich an Anna Eben. Sie konnte die Grenze nicht klar setzen. Sie wollte nicht, dass Fleur näher auf sie zukommt. Also, wenn du klar kommunizieren möchtest und klare Grenzen setzen möchtest, dann melde dich doch zu meinem kostenlosen Webinar an. Alle Infos habe ich dir hier unten drunter verlinkt. Ist kostenlos, ist geil und ich freue mich, wenn wir uns dann sehen. Bis dahin wünsche ich dir mit deinen Pferden eine wunderbare Zeit. Schau, mach's gut. Dein Ilja Bis dahin wünsche ich dir mit deinen Pferden eine wunderbare Zeit.